Hallo, ich bin Gunnar Bauhofer, Geschäftsführerin der Verbraucherzentrale Südtirol. Ich war heute hier beim Monitoring-Ausschuss der Gleichstellungsrätin, um über zwei Themen zu berichten. Zum einen über ein nationales Projekt, das heißt All-Inclusive und es geht darin unter anderem um Beeinträchtigungen. Wir haben versucht im ganzen Staatsgebiet darauf aufmerksam zu machen, wo es Probleme gibt für Menschen mit Beeinträchtigung. Der andere große Schwerpunkt, über den wir heute gesprochen haben, das waren die Rechte der Passagiere im Rahmen des öffentlichen Nahverkehrs. Hier setzen wir uns als Verbraucherzentrale im Rahmen der Qualitätschartes für diese Rechte ein.